Jo, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play GTA-San. Andreas. Äh, ja, wir sind in China-Town. Wir machen heute weiter. Wir haben ein bisschen Ärger gehabt mit den Chinesen, äh, mit den Chinesen, Vietnamesen natürlich. Äh, wir werden uns auf jeden Fall jetzt um Wusi kümmern, beziehungsweise mit der nächsten Mission wieder machen. Sag mal, fährst du nicht hin. So, ich brauche ein Auto. Ich glaube, das war sogar einer von der, von, äh, dem, den Leuten. Naja, würde mal sagen, wir machen heute weiter auf jeden Fall. Äh, gucken wir mal, was heute so drin ist. Wusi. Sag mal, was? Da folgt mich der Heli, der die ganze Zeit da. Was hat der denn von mir? Was ist das für ein Heli, der Oberömer? Hat der irgendwas zu bedeuten? Amphibious Assault. So, also, los geht's. Ähm, wir machen... Das wird nicht voll. Ich weiß schon, wie... Hä? Wieso bin ich da jetzt rausgegangen? Eigentlich war das jetzt der andere Plan, hä? So, das haben wir ja schon gerade gesehen. Du brauchst mir Tau... Ach, leck mich deswegen. Ah, ich brauch mir Tau-Paxi's. Super. Wir können die Mission mit Wusi nicht machen. Was war eine Kacke ist das denn? Und jetzt müssen wir tatsächlich das bisschen anders bauen. So, krieg ich das jetzt hier hin. Ich hoffe, dass er mir die jetzt machen lässt. Warte. Tate. Das heißt, wir müssen... Wir müssen das jetzt anders machen. Wir müssen nur eine andere Mission angehen. Ja, super toll. Und ich hätte, ich könnte ein bisschen Wusi machen. Du, 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 du. Das heißt, wir können die Mission nicht machen. Ich eigentlich hab keinen Bock auf Zero. Das ist das... Ja, das ist das Problem an der Sache. Kann ich da irgendwas machen? Was ist das hier oben eigentlich? Vielleicht würde ich können wir auch noch mal... Loco. Theoretisch könnte man auch da mal ansitzen, aber ich muss ja... Ansonsten haben wir nichts, ne? Ansonsten haben wir nicht wirklich viel Mission. Ja, Zero. Ja, super. Aber irgendwie müssen wir den ja auch abarbeiten. Ja, super, ey. Ja, wait. Teil 5. Oder warum das ist. Berkley hat ein Full-Scale-Attack. Das ist Insanity. All Batteries commence fire. Er geht für meine Transmitters. Wenn er sie rauskommt, ich werde niemals beherbergreifend ein Counter-Attack. Kein Problem, Mann. Aber sie sind nur Toys. Sie sind nicht Toys. Sie sind nur kleiner. CJ! Bogeys at 12 o'clock. Es ist gut. RC Behrens, es ist 9 o'clock high, Karl. Kamikaze, es ist 6 o'clock. 2 Minuten 30, ja, ist klar. Halt die Schnüss. So, eine Minute noch. Ja, das funktioniert halt nicht so. Verdammt Alter, das kann nicht sein. Super, und ich habe eigentlich keine Lust, jetzt gerade das Spielsplay wieder abzubrechen, weil ich weiter nicht weiterkomme. Ich hätte gesagt, wir müssen tauchen können. Oh, danke. Und dazu muss ich mich tatsächlich hinzukurzen, muss ich noch ein anderes Spielsplay suchen, oder habe ich eigentlich gesagt, keine Lust zu. Scheiße. Nicht, dass das wirklich die letzte Mission jetzt war. Ach, Mann. Jetzt gehen wir jetzt in die Fahrschule. So. Scheiße. Back to school. Teil 2. Ach. Ach. Boah, dann brauche ich das. Okay, dann haben wir das auch. Hat sich das auch erledigt? Weil die Fahrschule habe ich durch. Ja, super. Warum zieht ich mich immer noch an? Entschuldigung. So großartig viel habe ich das Spiel, ne? So großartig viel habe ich das Spiel, ne? Ich hab keine Bier Witz. Das ist so schön. Wie lange happens deinen Punkt zu schüren? Wie lange nicht gehen? Das ist so schön. Ich bin jetzt doch das Spiel. Ich bin jetzt so schön. Das ist so schön. Bescheid, Herr Kat. Die Schmerzen findet sich wohl immer noch, Ich mach das mal anders. Ich guck mal gerade im Internet nach, was wir da machen müssen. Ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal. So, also, wie gesagt, wir müssen ein bisschen tauchen gehen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir ein bisschen Wasser jetzt organisiert bekommen. Weil das hätte ich jetzt ein Loco ein bisschen gemacht. Aber wir machen das jetzt anders. Ich will diese Vibuzy-Mission auch gerne mal abarbeiten. Das heißt, wir gehen jetzt ins Wasser. Warte mal, wie sieht das überhaupt mit den Statistiken aus? Eigentlich müsste das funktionieren. So, die Frage ist, wie geht das jetzt mit dem Tauchen? Aha, wunderbar. Gut, ich habe ja die Tite eingegeben mit dem Lungenvolumen. Das heißt, es sollte kein Problem sein. Aber wir müssen es jetzt ein bisschen erhöhen. Deswegen warte ich jetzt natürlich ab, dass mein Lungenvolumen sich erhöht. Weil, ähm, ne? Wir wollen ja... Diese Vibuzy-Mission haben, unbedingt. Na komm, Kollege. Na komm. Geh mal. Guck mal hin. Ah, vielleicht kriege ich es jetzt hin. Moment. Ich... Ich... Ich kann die Atemlänge anhalten. Ich kann die Idee oder nicht lange anhalten. Aber wir müssen gucken, ob wir es jetzt hin. Ah, Moment. Wo bin ich ins Wasser gestiegen? Hier, ne? Ja. Da haben wir ein bisschen fit verbrannt. Ja, gut. Hm, meine Schülk heute. Gut. Wir sind doch da lang. Das ist wahrscheinlich da ein Entsteg. Die zwei fahren wahrscheinlich ein kleines Rennen. Dann machen wir heute mal ein bisschen Lungenvolumenverbesserung. Das ist halt leider manchmal so, dass wir auch mal ein bisschen was anderes zurückmachen. Allerdings, ich wollte jetzt eigentlich unendlich abbrechen. Ich möchte halt gerne diese Vibuzy-Mission noch machen. Zero scheint mir nicht zu schaffen. Irgendwie. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, für die Leute, die sagen, im PC ist es einfach... Ja, auf dem PC ist es wirklich einfacher mit dem Zielen als mit dem Controller. Ich bin mit dem Controller nicht so wirklich gut. Ich arbeite mit der automatischen Ziehhilfe und alles um und dran. Seht es mir bitte nach. Und dass ich jetzt nicht 200 Mal diese gleiche Mission probieren will, sieht mir das auch bitte nach. Also es wird kein 100%. Jetzt muss ich mal gucken, welches Spiel ich als nächstes danach zocken könnte, sollte, dürfte, würde gerne. Leider habe ich nicht so viel Auswahl. Da ich auch nicht sagen kann, ich gehe mir jetzt kurz in den Laden kochen, aber eben noch nicht spiele oder alles, was man lernt, will ich auch nie. Weil, ähm... Kostet ihr dann halt auch wieder Geld. Zwar, bin der eigene Schuld. Wir sind ja auch schon weit über 50 Folgen mit dem Let's Play hier. Rastet aus! So. Na, dann habe ich euch halt überall nicht viel gezeigt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play. Hm, geht ja, San Andreas. Na, dann ist es nicht 나왔. Ja. Vielen Dank.